Wie sieht das aus bei der Musik? Hey, Bruder, normal. Ich hab Beats. Ja, lass mich hören, lass mich hören. Boah, der fängt schon heftig an, Mann. Ja, ja. Boah, allein der fängt heftig an. Ich würde kein Künstler dabei schaffen, was du bekommst. Bruder, der Beats ist auch von mir, hä? Bruder, wo hört der Beat, ja? Boah, was ist denn dein hier gut? Auf einmal ist der Lust geworden, ja? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ah, so okay. Du bist ja? Du kannst, hm. Du bist ja? Du kannst, hm. Du bist ja? Du bist ja? Du bist ja. Was ist das? Ha? Das ist ebenso. Okay. Sex, sex. Hier? Sex, sex. Sueng. Sueng! Bruder, bruder, muss man. Bruder. Ich schwöre, der Beat, du hast den Beat vergewaltigt. Scheiße, Alter. Ich musste einfach kurz hier beenden. Weißt du, was ich meine? Ich musste kurz beenden, Alter. Ich schwöre, der Beat war geil. Du bist kein Küssler, aber du hast... Haha, Bruder. Vergewaltigene? Ach so. Oh. 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 Oh mein Gott. Okay. Soll ich mal weinen? Ja, ich muss los hier, Alter. Ich habe Geschäfte zu erledigen. Schau mal eine Sache an. Komm mal. Was ist los mit dieser Hunde? Ich habe mein Bruder gesagt, mach nicht mit diesen Jungen diese viel Spaß. In Afrika, wir hätten nicht dieses sonst gehabt. Und jetzt diese Jungen mach Druck. Mach Druck. Oh mein Gott. Druck, 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 Druck. Druck, nicht gut. Manosp술. A Hii-Maur. Man wisst,7人. Miniser. Ke问. Globisch. Klatsch. Ich Albis. Kannst du dir meine Gefäß? Bullonut? Okay, okay. Bruder, keine Ahnung, 26. Bruder, das heißt? Ich hab Geburtszeug, Alter, habt ihr das vergessen? Was? Ja, Bruder! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hast du es vergessen, Bruder? Hey, Bruder, bleib! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Schhhh! Hey, Bruder, bleib! Schhhh! Schhhh! Was machst du da? Schhhh! Hier ist der Fung an die Leute zu schlagen draußen. Die sind die Buskriminalität. Oh, bald bis Gefängnis. Bald bis Gefängnis. Scheiße! 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 Komm, Alter! Wir sind noch nicht fertig! Bruder, Entschuldigung! Bruder, noch drei Sekunden, Alter! Drei Sekunden? Komm weg! Komm weg! Komm weg! Das ist eine Kriminalität! 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 C-A-I-M-I-N-I-L! Meine Fresse, Alter! Du bist normal direkt! Bruder, siehst du doch, Alter! Was fehlt der die ganze Zeit vor mir? Wir tragen dir alles in die Wäsche, ja? Hey, Jungs! Lass gehen, lass gehen, komm! Komm, komm, komm! Du bist normal, Alter! Ich habe es übertreten, meinte! Hast du aber auch mal gespielt? Ist doch das... Ist das... Ist dieser... Ich bin ja gleich anrufen und sagen, wie ist dieser... Ich bin ja gleich anrufen und sagen, wie ist dieser... Hey, hey, hey! Hm? Ich bin dein Onkel, aber du siehst mich nicht, weil es war lange nicht mehr hier, he? Ja, kein Problem. Hey! Hallo! Wie ist das, Mann? Okay. Okay. Ja, Mann. Okay. Papa, was ist denn? Du, dein Onkel, ich muss reden. Du hast gesagt, du magst viel Scheiße. Papa, ich habe doch nichts gemacht. Mach dein Musso und komm. Hier! Komm hier! Sofort! Warum ich scheiße? Okay. Okay. Ich bin ich dran. Deine Onkel hat mir gesagt, du bist draußen mag scheiße. Warum? Hm? Ja, ich habe gesagt, du warst heute, der Onkel hat... Sex! Sexsaki! Draußen. Was? Was? Was hat? Mit... Mit Frauen? Sex? Ja, ich mache Sex! Sex! Du weißt selber, sag's. Du weißt selber, sag's. Guck mich. Oh mein Gott, ich habe Gott. Ist das mein Sohn? Nein. Nein. Erzähl das, das ist die Lüge. Wo war's? Wo war's, der Lug? Wo war's? Okay. Kein Problem. Nächsten Tag, ich hab's scheiße gemacht. Er draußen, ich mag. Drog, Drog, Drog. Oh mein Gott. Droge? Ich hab Drogen verkauft? Ich logen. Ich logen. Papa, du weißt selber, ich will so was niemals machen. Okay. Okay. Erzähl mal deine, 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 was du gemacht. Ich erzähl ihm ganz normal, wie es war. Und zwar war es so. Ich war mit Sutan draußen, der hat mir Geld geschuldet. Ich mag das nicht, wenn mir das für die Öffentlichkeit das Geld zurückgeht. Weißt du? Deswegen machen wir das hier. Dann sieht das auch besser aus für mich. Ich weiß nicht. Lug, Lug. Das ist dein Onkel. Ich hab sie richtig gesagt, du Lug. Nächste. Er war draußen. Hm? Draußen. Und hat... Kriminalitäten gemacht. Kriminell bedeutet das. Kriminell. Kriminellitäten. 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 Was ist dein Problem? Kriminellitäten. Alles alright im Kopf. Ich korrigier den nur. Ich hab den Kopf. Seit 20 Jahren in Deutschland, Alter. Aber ich kenne nicht mehr Deutsch. Ah, 20 Jahre hier in Deutschland. Ich kann kein Deutsch. Yes, guck mal, deine Sonne beleidige mich. Hm. Das war noch Spaß. Nein, das war noch Spaß. 20 Jahre hier, du beleidigst. Ich sag nur die Wahrheit. Ich sag nur die Wahrheit. Wir sind nicht kriminell. Ich sag die Wahrheit. Ich sag, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und ich sag, okay, kein Bock mehr auf diese Scheiße. Was machst du so? Mach so für was? Ist dein Tisch? Schrei deine Sonne jetzt. Mach. Kein Problem. Komm. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Warum wohnen die mich denn so? Was hab ich gemacht? Ich bin aus Afrika gekommen. Von Ghana. Nach hier. Und ey. Scheiße. Oh Gott. Bitte. Ich geh gar nicht mehr. 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 Okay. 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 Noch eine. Noch eine. Noch eine. Ja. Yes. Okay. Kein Problem. Kein Problem. Wenn du machst diese Scheiße draußen, überleg. Think twice. Think. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. And 10. 4. 6. 6. 6. 7. 7. 10. 10. 10. 10. Vielen Dank.